Smuja wartet an der großen Rampe, die haben noch einen Molotov dabei, auf der einen Seite hat man aber keine Smoke mehr, zwei Pace. Aber Kerrigan sitzt schon drin, der Diffuse einfach durch, er schafft es aber nicht, Smuja, Smolotov und jetzt kommt Nix noch oben drauf mit dem zweiten, aber Reign defused auch und das geht nicht durch. Nix gewinnt die Runde mit dem Top im Molotov, wie ekelhaft geil ist das denn gespielt, nein, da ist noch mal Diffuse von Nico und Nix hat ihn sich auch. Rüberziehen und das muss jetzt zeitlich passieren, Gop B steht hier in der Ecke, Smuja verbrengt, was hat er noch 11 HP? Ein Frack machen, nein Smuja, verschließt aber Nix, wo kommt Nix denn her? Der kommt wie ein Engel vom Himmel. So, Smith lebt noch, 40 HP von innen wird schon dicht gemacht, sie sinkt da und das ist die Runde. Tio B mit Schockt hier nicht noch mal auftritt, also 81 HP, geht auf die Glock, wechselt hier noch mal, sieht den Kopf, schöner Entschockt, aber das ist es. So, Beck schafft es hier die Rotation schnell genug zuzumachen und auf die Runde Nummer 15 zu kommen. Wieder zusätzliche Runden zu bekommen. Oh, oh, oi, 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 das war gut geholfen von, Tapsner hat dann im Endeffekt den Kill gemacht, aber Tizian hat er noch gecallt. Hinter dir steht übrigens einer. Ganz, ganz wichtig, so jetzt haben wir hier eine 4 gegen 3 Situation. Man kommt auf den Spot, Gop B kann die Information sammeln, kann keinen Frack setzen. Nichtsdestotrotz, Diffuse geht es da, keine Utility mehr, es geht nur noch ums blanke Aiming, auch auf der anderen Seite haben wir nur noch Waffen. Oh ja, und Tapsner kommt hier gut rein, will hier Person das Duell zu suchen, Schocks. Macht das eigentlich gut, wartet ab, Tapsner will zurückziehen, der ist natürlich low AP, Schocks geht direkt hinterher und damit ist der Raum schon mal dicht. Der kann jetzt zu seinem Team nachziehen, jetzt geht es nur noch über Kurzkopf, boi, versucht da noch ein bisschen Schaden zu machen. KennyS zieht rein, KennyS, oh, er trifft nicht, er muss aufs Live gehen, aber das Backup von XS ist da, wie viel Zeit der da noch rausholt. Tizian! Und dann ist es Tizian, der im 1 gegen 1, fängt nochmal an, Schocks springt hoch, Tizian macht das! Tizian holt die Runde, 4K von ihm und damit ist er hier auf WM02 angekommen. Da hat er mehr Fracks als dem Gespieler-Vormann. Schön, Tizian. Tizian, 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 Tizian geht hier auf ne super Hälfte, das ist der Hälfte-Kill und der steht hier mit 10 zu 9 und Tizian macht das! Was ist denn hier los? Was ist denn hier kaputt? Jawoll, jawoll! G2-Mindset gebrochen, Fragezeichen! Oh mein Gott! Okay, jetzt weiß ich, was du für einen Schlafanzug trägst, Sam. Oh ja. Smuja und Co. mit der Diegel, zwei Diegels. Kurz wird erobert von ihnen. Nächsten mit dem Headshot gleich mal gegen Flamie. Tapsen dreht sich kurz weg, aber er tradet Elektronik, kriegt die AK in die Hand. Da kommt der nächste Köpfer von Tapsen. Der rastet komplett aus! Wie ein warmes Messer durch Butter. Tapsen zählt. Und damit geht es nach vorne, Big im 3 gegen 2, 8 Sekunden und da ist es Goff B, der von der Seite reinfällt. Er smoked auch direkt die Bombe ab. Jetzt könnte Big auch nach auf den Spot ziehen. Tizian hat den Weg frei. Flamie steht close. Er kann es sich nicht leisten, sich zurückzuziehen. Tizian sucht nach der Bombe in der Smoke. Jetzt kommt der Undefuse. Flamie sprayt komplett daneben. Was ist denn da los? Oh mein Gott! Oi, oi, oi! Tizian! Der Ninja! Der Frack war nochmal wichtig, um Navi aus der Banane zurückzudrängen. Aber es geht wieder über die Mitte. So, das Edward am Start. Elektronik zieht das Tempo wieder an. Goff B muss seine Position wechseln. Da kann er nicht mehr stehen bleiben. Elektronik ist durch. Tapsen passt auf. Da kommt er über den Abstand. Tapsen mit 2. Tapsen mit 3. Tapsen, du Wiesti! Oh, das ist nur noch Suess und der ist super blind. Und Big reißt die runter wiederum und hält sich am Leben. Eingeschossen, sie pressen sich durch. Tizian im CT-Cross. Währenddessen geht Gobe gegen Chromandown. Und Tizian hält das jetzt gegen 2. Oh, Tizian! Tizian mit dem Double-Headshot. Sie rennen ihm rein. Schaut sie euch an. Tapsen und Legia feiern sich gegenseitig und miteinander. Und wir feiern Big im Finale der ESL One Cologne. Heilige Scheiße, wie ist das so passiert? Unglaublich! Und ich dachte, die hätten uns im Major schon überrascht damals.